Ich verdanke diese Geschichte einem Jahrhundert, das alle betrogen und hintergangen hat, alle die, die hofften. Ich verdanke diese Geschichte einem lange andauernden Verrat, der sich wie ein Fluch über meine Familie gelegt hatte. Auf die Branche! Wirkliche Freiheit löst sich allmännlich auf wie ein ungekonnt gewebtes Spinnennetz. Man sagt, dass die Zahl 8 für die Ewigkeit steht. In dieser Zahl werden wir alle immer miteinander verwoben sein und einander lauschen können durch die Jahrhunderte hindurch. Deine Periode verkürzt die Zentimeter, die uns immer vom Glück trennten. Lass alles hinter dir. Jetzt bist du dran, Brilka.